... und für den ersten Hauf 1.8 hat sich Marco Wiener. Applaus Applaus Lachen Applaus 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 Lachen Applaus Rachen Applaus 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 Kuh-Kuh. Kuh-Kuh. Kuh-Kuh-Kuh. Kuh-Kuh-Kuh. Verteidigios. Das Name ist Kuh-Kuh. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. , Vielen Dank. Vielen Dank. , Weitere geht's, 96 Kilogramm, ein Spiel für Rahn-Mahein, damals für Bulls und für den Ass von Meister für nach Sicht, Bege, Absch! 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 Er ist 25 Jahre alt, er ist elitischer Staatsbürger, er war Zehnter beim Olympischen Spielen im Jahr 2012, Fünfter bei der Europameisterschaft im Jahr 2011 und die Europameisterschaft im Jahr 2007, also auch keine schlechte Regeln. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. 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 ... 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